Zahnwinners sind eine beliebte Option F1,25R Personen, die ihr Latschellen verbessern Matschden. Sie sind da ein Viertel NNE, maigefertigte Schalen aus Porzellan oder Kunststoff, die dauerhaft auf die Vorderseite der ZA nie geklebt werden, um ihr Aussehen zu verbessern. Obwohl Winners langlebig sind, erfordern sie dennoch regelmaeige Pflege, um sie in bestmöglichem Zustand zu halten. In diesem Video werde ich Ihnen einige Tipps geben, wie Sie Ihre Zahnwinners Pflegen karnähen, um deren Lebensdauer zu wählernähern. 1. Regelmaeige Reinigung Es ist wichtig, dass Sie Ihre Zahnwinners genauso GAA ein Viertel endlich reinigen wie Ihre Natter ein Viertel richen ZA nie. Verwenden Sie eine weiche Zahnbar ein Viertel RSTE und eine fluorithaltige Zahnpasta, um die Winners sanft zu putzen. Vermeiden Sie abrasive Zahnpasten und harte BA ein Viertlers denn, da Sie die Oberflatschi der Winners beschadigen kann ihn. 2. Zahnseide verwenden Auch wenn Ihre Zahnwinners nahe beieinander liegen, ist es dennoch wichtig, Zahnseide zu verwenden, um Plagg und Speisereste zwischen den ZA nie zu entfernen. Dies hilft, Zahnfleischenseinviertlendungen und Caries zu vermeiden, die die Lebensdauer der Winners beeintrastigen kann ihn. 3. Mundwasser verwenden Ein antibakterielles Mundwasser kann dabei helfen, Keime und Bakterien im Mund zu reduzieren. Die zu Zahnfleischenseinviertlendungen und anderen Problemen FA ein Viertel renn kann ihn. Spa ein Viertel LEN Sie Ihren Mund regelmaeig mit Mundwasser aus, um eine optimale Mundhygiene aufrecht zu erhalten. 4. Vermeiden Sie harte Nahrungsmittel Obwohl Zahnwinners haltbar sind, kann ihn sie dennoch durch harte Nahrungsmittel wie eine ein Viertelsesse, Eiswahr ein Viertelfell oder harte Bonbons beschadigt werden. Vermeiden Sie es, auf harten Gegenstadien zu kauen, um Risse oder Bra ein Viertel Chi in den Winners zu vermeiden. 5. Besuchen Sie regelmaeig den Zahnarzt Regelmaeige Zahnarztbesuche sind entscheidend FA ein Viertel eher die Pflege Ihrer Zahnwinners. Ihr Zahnarzt kann Ihre Winners A ein Viertel B per ein Viertel fehen, um sicherzustellen, dass sie noch intakt sind, und professionelle Reinigungen durch für ein Viertel REN, um Plack und Zahnstein zu entfernen, die die Winners beschadigen kann einten. 6. Vermeiden Sie Zigaretten und starken Kaffee, Rauchen und der Konsum von starken Kaffee-Kanin-Werrfarbungen auf den Winners verursachen und ihre asthetische Erscheinung beeinträchtigen. Versuchen Sie, diese Gewohnheiten zu reduzieren oder zu vermeiden, um Ihre Zahnwinners so lange wie maglich strahlend Weier zu halten. Indem Sie diese Tipps befolgen und regelmaeige Vorsorgeuntersuchungen wahrnehmen, kann Ihnen Sie Ihre Zahnwinners optimal pflegen und deren Lebensdauer maximieren. Denken Sie daran, dass eine gute Mundhygiene entscheidend ist, um die Gesundheit und Schanheit Ihrer Winners zu erhalten. Wenn Sie Fragen zur Pflege Ihrer Zahnwinners haben, zahlgern Sie nicht, Ihren Zahnarzt um Rat zu fragen.